Meine Damen und Herren, die Bundespartei links am München begrüßt Sie zur großen Alpenrundfahrt mit den gläsernen Zug und wünscht Ihnen einen erlebnisrechten Tag. Meine Damen und Herren, die Bundespartei links am München begrüßt Sie zur großen Alpenrundfahrt mit dem gläsernen Zug und wünscht Ihnen einen erlebnisrechten Tag. Alpenrundfahrt mit dem gläsernen Zug und wünscht Ihnen einen erlebnisrechten Tag. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017